Applaus Liebe Eltern, liebe Unklestanten, wir begrüßen Sie zum zweiten von insgesamt drei Spielen heute hier auf der Sportanlage in Pöderlach. Als nächstes waren Wernberg A gegen den VsV in der U9-D. Die Mannschaftsaufstellung unserer Gäste im Tor der Kapitän Viktor Diktus, mit der Nummer 2 Julian Divian, die Nummer 4 Paul Schindler, 7 Vino Diniz, mit der Nummer 10 Conor Höhnlein, die Nummer 1 Nico Gittstaller, mit der Nummer 13 Elias Kronik. Auf der Satzbank der Gäste vom VsV, Nico Andritsch, mit der Nummer 8, Maximilian Kreuter, mit der Nummer 12 und Fabio Unterwieser, mit der Nummer 14. Pläner unserer Gäste Schmucker Kurt, die Mannschaftsaufstellung des SV Frumann-Wernberg. Im Tor, Samuel Hufnagel, mit der Nummer 4 Samuel Pfeiffer. Mit der Nummer 6 Christopher Zangl, mit der Nummer 8 unser Kapitän Thomas Wassertäurer. Die Nummer 9 Nikolaus Buhara, mit der Nummer 10 Nara Corini, die Nummer 13 Matteo Kian. Auf der Bank des SV Frumann-Wernberg, mit der Nummer 2 Christoph Mitterböck und mit der Nummer 17 Felix Geyer. Trainer der Heimischen Tatjana Sulzbacher. Geleitet wird das heutige Spiel von Schiedsrichter Gernot Kucher. Trainer der Heimischen Tatjana Sulzbacher. Der tryst Fischmarier, mit der Nummer 8 Minuten. Der Lerner ist ein Problem. Der Lerner ist der Lerner. Der Lerner ist ein Beispiel bei der Nummer 18 Minuten. Und die Nummer 9 Minuten. Ich sage uns, die Lerner ist ein Problem. Der Lerner ist ein Problem. Vielen Dank. 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 Bravo. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Bye.